Willkommen zu, ich glaube das ist schon der zweitletzte Part jetzt. Weil wir haben nur noch zwei Errungenschaften, die wir gemeinsam machen können. Ist uns gerade aufgefallen. Außer diese seltsame Neue da, die wir nicht verstehen. Ja, also falls die jemand gesehen hat oder so, das ist keiner, wie heissen? Also warte, die ist so Fragezeichen. Ach, Bodenstrich, Sommer, Bodenstrich, ähm, so, also so, S-A-L-E, so, denk mal, Bodenstrich, T-Fragezeichen. Und dann nochmal das gleiche mit am Schluss einfach D-Booten, also D-Fragezeichen. Keine Ahnung, worum es da geht. Vielleicht hat das hin, das mit diesem Sommer-Dings-Boomster zu tun gehabt. Ja, das steht ja... Ich verstehe es selbst nicht, okay? Ja, da steht ja, ach, Sommer und dann Saul, also... Keine Ahnung, Saul heisst doch kaufen oder verkaufen, ich weiss nicht, entweder kaufen oder verkaufen, ich weiss nicht. Aber auf jeden Fall machen wir... Übrigens, ich bin der Mr. Baby Mario 14. Ja, und ich bin der Sende 438. Aber ich denke, ihr solltet uns schon kennen, das beliebteste Team auf YouTube und allen S-Playern. Ähm... Stimmt doch! Ähm... Über... Also, die Errungenschaft heisst Überlebenskünstler. Absolviere Abschnitt 4, ohne dass du oder dein Koop-Partner dabei draufgehen. Also, sterben steht da, aber draufgehen ist ein schöneres Wort. So, jetzt komme ich wieder zurück ins Spiel. Wetten, die Sandy ist ja schon längstens um mich ein paar Mal rumgerannt und macht irgendwelchen Blödsinn. Ah nein, sie steht ja da! Ich bin ganz brav. Ähm, wir haben doch richtig angestellt, oder? Und Sandy, du hast was vergessen. Was? Na gut! Oh! Nein! Doch! Was hat er immer gesagt, oder? Bei mir hat am Anfang nur Mach's gut gesagt. Ach so. Es ist genau umgekehrt. Naja. So. Ich hoffe, wir sterben nicht. Das wird ziemlich böse, weil dann müssen wir alles nochmal machen. Also, diese Errungenschaft würde ich gerne auf Anhieb schaffen. Und nur dadurch, dass ich jetzt das schon gesagt habe, wird das nicht gelingen. Also wehe, du stürzt dich jetzt in die Flute. Wenn ihr so weit kommt, schaffe ich diese neue Strecke nur für euch. Okay, da darfst du dich in die Flute stürzen. Mir ist aufgefallen, dass ihr euch sehr nahe gekommen seid. Ich glaube, das gefällt mir nicht. Sieh mal, Kirschen! Hier tödliche Kirschen! Wo sind sie? Naja. Ähm. Und wehe, du stürzt dich jetzt rein. Ich... 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 Ich geh... Wir geh... Nein, ich spring da nicht tot. Und ich geh die auf die Sicherheit und Weise da hinten. Muss ich auch mitkommen? Ja, klar! Du hast... Also, du hast... Einerst du dich nicht mehr? Ach, Mann! Du machst dich nicht lustig über Orange. Ja, 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 ja. Warte kurz. Also... Wenn du irgendwelche Fragen hast, dann frag sie. Da oben. Ach so, okay. Jetzt will ich... Aber warte mal, wo kommt denn da der Kubus hin? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ah! Ah! Bleib da oben. Ach, weiß gar nicht. Kannst du mich nicht vormahnen? Ach komm, du kannst jetzt runterfallen. Boah. Schweben wir gekonnt ins Ziel. Wenn du mal langkommst, du fettbacke. Rohverstopper. Ausgetaucht Netsch, der macht euch beide sehr gut. Ja, nicht. Aha. Ups, haben wir es vergessen. Egal. Ja, nein, das... Es fängt gar nicht... Was ist jetzt los? Ach so. Nein, nicht. Den High Five, den heben wir uns dann auf, wenn wir alles geschafft haben. Ja, das ist dann so ein Special High Five. Ja, genau. Vielleicht noch der letzte. Wenn wir beim flotten Dreier da immer einen High Five machen, dann würden wir ja noch mehr Zeit verlieren. Deswegen, ja. Ja, also das ist ja noch die andere Rundschaft. Die haben wir schon... Keine Ahnung. Die wird wahrscheinlich noch nicht hochgelangt sein. Ich kann mir schon vorstellen, das dauert jetzt ungefähr eine Stunde oder so. Wir haben ja grad voll die lustigen Geräusche im Hintergrund. Bei dir? Ja... Ja... Hast du das nicht gehört? Nein. Sonst hör ich ja eigentlich alles. Ich kann mir als die Rede von Orange angehört. ...und weißt so erst nicht, wie du das aushalten kannst. Du hast eine enges Geduld. Oh, Wasser, yeee. I stoss ich jetzt gleich rein. Und jetzt, B fuss nicht auf das Katapultum. Oh boah... Das war knapp. Die Rungerschaft kann ich mich noch erinnern, die magg ich gar nicht. Ich höre? Runger? Ah ups, sorry an die Kamera! Ich weiss gar nicht mehr wie die genau ging, das war auf jeden Fall die bei der ich am längsten dran war mit meinem Freund. Warte. Ok, ich muss nach oben. Jetzt lass das Portal so, wirklich. Wirklich? Geht das so? Ja, ich muss ja nach... Soll ich das vielleicht noch ein bisschen nach vormachen? Nein, nein, so geht das. Na doch, nein, nein, in die... dorthin. Ja, ich weiss. Das meinte ich nämlich nach vor. Ja, das passt doch schon. Ok. Ich will immer auf F1 klicken, also F1 ist bei mir übrigens speichend, Leute. Ach du heilig, ich flieg! Das war knapp, wirklich. So. Jetzt stelle ich da drauf und jetzt musst du da das Portal machen, Deins. Also, dass der Strudel hier oben rüberkommt. Ja! So, und jetzt einfach so lassen und ich komm nach unten. Ich sag mal, wieso haben wir da beim ersten Mal so lange gebraucht? Das ist doch eh ganz logisch. Keine Ahnung, das ist eh irgendwie ein Verzöger. Ich glaube, viele meinen dann immer, man müsste den Ball zum Knopf bringen und irgendwie... Weil das ist eigentlich normalerweise so. Und ja. Deswegen sind dann viele verwirrt. Vor allem ich. Mehr sagt sie hier nicht. Seltsam. Ok. Und irgendwie, ich rede wieder zu viel. Haha. Wieso warten wir nicht immer in den Aufzug so lange? Keine Ahnung, wieso... Fass nicht. Also, was soll die Roboter aber auch schon machen? Sie können... Na gut, sie können sich auch selber irgendwie kaputt gegenseitig hauen, aber na. Ähm. Ach. Es tut ja weh. Okay. Ja, die empfinden keine Schmerzen. Zumindest können sie es nicht mitteilen. Ja. Schade, irgendwie. Nach meiner Meinung ist das ein Fehler. Ich spreche ihm über dein Verhalten in den letzten Tests. Tja, das stimmt. Orange werden 75 Kollaborationspunkte abgezogen. Äh, irgendwie... Irgendwie höre ich jetzt gerade gar keine Geräusche mehr bei mir. Hey Sandy, da unten geht's zum, ähm... Liebeskubus. Hahaha. Eigentlich jeder, der das hier schaut wird, der, der... Der, 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 der... Das ist eine Wiederholung wie eu zur ersten, was beim ersten Let's Play. Ja. Und wie ging das noch mal schnell? Ähm. Das erinnert mich an etwas. Ja. Ja, also nein, du... Ja, zuerst nach oben. Schwung. Ah, dann steht lächelt mich jeder... Das sind doch die Roboter, die schreien. Fall ab, muss nicht runter. Jetzt schweb erstmal nach oben, dass du genügend Schwung hast. Klar. Klar. Dann machst du gleich einfach dann, aber mach noch nicht, erst wenn ich los sage. Dann, naja, das Portal und Fels dann da durch und ich fang dich da mit dem Stuhl auf. Boah, warte mal kurz, bei mir ist kein Feuer. Leggig, oder? Ja. Ja, ich sehe es, wenn ich auf die... Okay, gut. Okay, warte, hast du gesehen wohin? Nee. Dahin. Gut. Okay, auf drei. Eins, zwei, drei. Ja, und... Jetzt... Warte, du bleibst oben. Du bleibst oben. Du musst mir nur den Kubus runterwerfen. Ob er so das Ried aber auch fangen kann. Weil da bist wie... Ich wär's nicht auf den Kopf. Du hast dich wieder in den Kubus gepackt. Ja, lass ihn fallen, dos. Na! Weißt du, da muss nur noch ich das machen und dann ist das Risiko kleiner. Welches Risiko? Ja, das... Wenn du nochmal nach unten kommst und dann... Ähm... Ja, keine Ahnung. Ja, also weißt du, dann müsstest du auch noch einmal machen. Okay. Du weißt ja, wo du tanzt. Du musst dann nachher meinen da drüben. Also du musst ja dann den Strudel aktivieren. Ja, klar. Okay. Also ich warte, bis du den Strudel aktiviert hast. Ansonsten... Vertraut dir das nicht. Ehrlich? Okay. Nein! Na doch, funktioniert. Er vertraut mir sonst nicht. Doch, natürlich. Oh, hallo Kledos! Mann, das muss ich wieder ausnehmen. Wo war das nochmal? Pff! Jetzt hab ich grad voll dir zugewunken und dann... Kledos. Jetzt wollte ich schon Ledos sagen. Oh ja. Die Lederhose. Nein, ähm. Ledos mit ihrer Lederhose. Nein, ähm. Super. Also ich sag dir eins, wenn mein Internet wieder abstürzt, dann ticke ich aus und so. Ich auch. Und sag sowas von. Vor allem bei der... Dann weißt du, wie so in der letzten Testkammer. Ja, Sandy, wir haben's denn. Und so. Nein, nein. Und du hast wirklich schon lange nichts mehr alleine aufgenommen. Ja, das ist ja das, was ich jetzt immer mache, während du kochen gehst. Mhm. Und hab ja eben heute gerade, hast du ja auch in Part erwähnt. Bledos? Ach, egal. Ach, oh Gott. Ich habe leider den Anfang verpasst. Ich erzählte gerade der Montageeinheit, die hier immer menschlicher werden. Wir denken, es reicht. Wir denken, man muss sich so kotzen, ehrlich. Die kann ich überhaupt gar nicht lernen. Also, warte, ich weiss. Ich weiss nicht, wenn ich jetzt da drauf gehe, wo komme ich dann hin? Komme ich dann da drüben hin oder zum Strudel hinein? Ich glaube, ich komme bis da nach drüben, oder? Ich glaube schon, ja. Ja, also ich glaube sterben werde ich schon nicht. Ja, man kommt bis hier drüben. Zack. Ja, ich glaube, du kannst auch hier herkommen. Oder, wo geht dieser? Oder sonst warte ich. Geh mal. Nach hier oben. Wäh. Dann packen wir uns hier ein klein wenig nach oben. Mann. Nein, voll... Oh, pass auf! Wir sollen das jetzt... Nichts geschehen. Okay. Keine Ahnung. Ich mache es jetzt einfach ein bisschen einfacher, dass es einfach... Soll ich dir das nicht selbst machen? Irgendwie so? Achso, ich mache das ja vollkommen falsch, sehe ich jetzt gerade. Ich kann einfach dein Portal erstellen. Nein. Da. So. Ah ja, genau. Jetzt kann ich mich wieder erinnern. Und jetzt einfach runterspringen. Yeah. Aber das ist falsch gesetzt. So. Die Symmetrie ist da hin. Ach, der... Ähm. Und jetzt holen wir uns ein lovely, lovely Cubus. Das ist nicht wirklich. Wo ist er? Oh. Boah. Hoffentlich gibt es nicht so viele Würfel. Was ist gar nicht hier nicht? Was auf das kein Würfel stirbt. Der genau stirbt vor allem. Es ist wirklich richtig gesetzt. Ah, wir schauen... Ja, ja, doch ich sehe es von hier aus stimmt. Ich kann... Supi. Was ist passiert? Der Würfel... Fliegt bei dir der Würfel auch so in der Luft? Ja. Was ist jetzt? Es ist eine Lupe. Okay, jetzt ist es wieder vorbei. Okay, dann schick ihn zu mir. Also, ja. Ja, das geht ja nicht. Och, mach ich einfach dein Portal. So. Und, naja, keine Ahnung. Dann... Hol ich ihn mir. Nein, 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 nein! Ach du heiligesch! Ich wäre fast auf das Trampolin gesprungen. So. Jetzt muss ich nur noch nach dort oben. Aber was war jetzt gerade mit diesem Würfel? Ernsthaft? Das habe ich noch nie gesehen. Du, ich habe eine Frage. Hm? Das, was du in dieser Testkamera da gemacht hast mit diesen Turrets, wegen dieser Tür, war das wegen uns zwei damals? Bei Portal 2? Oder? Achso, nein, nein. Ich habe ein Video gesehen. Und da ist jemand die ganze Zeit auf dem Knopf. Ähm. Nach vorn und nach hinten, nach vorne und nach hinten die ganze Zeit. Ja. Ist die Tür, keine Ahnung. Die Sicherungen sind von der Tür geplatzt. Okay. Sag mal, wohin soll ich jetzt eigentlich? Ähm. Naja, du kommst jetzt auch hier nach oben. Yeah! Ähm. So, und jetzt musst du... Wieso du? Ach, egal. Ähm. Jetzt musst du uns ja nach dort drüben bringen mit diesem Strudelteil, denn mein Portal muss ja dort oben bleiben. Also ich kann meine Portale nicht mehr versetzen. Warte kurz, ich muss überlegen. Achso! Ich hab gedacht, das Ende diebtot. Geht das? Ja, dann kommst du einfach zurück und... ... dann geh mir hier so durch. Jetzt versetzt sie denn ihr Portal und ich stütze in die Tiefen. Nein, das würde ich jetzt nicht machen. Ich schon. Jetzt bin ich nicht zu dir. Beim ersten Mal bin ich... Also beim... Jetzt... Vorletztes Mal bin ich nicht zu dir. Beim ersten Mal... Nein, ich wollte ja nicht sagen... ... zum ersten Mal, dass ich nicht zu dir bin. So. Ja. Ja. Komm. Pfff. Was zum... Pfff. Pfff. Das ist nicht nötig. Pfff. Das machst du schon wieder. Pfff. Pfff. Ja, das haben wir automatisch gemacht. Ach, egal. Ich weiss, ob ich trotzdem dir die Schuld habe. Ja, danke, ne? Hey, ich... Oh Gott, mir ist gerade aufgefallen, durch welches Loch ich dich sehe bei Peabody. Ups. Sowieso hat ja Atlas sowieso einen heissen Hintern. Ähm. Ja, ist doch so. Du hast ja... Wenn du ja die Einführung schaust, dann... Oder den Trailer auch. Orange, wie gut kennst du Blue wirklich? Vertraust du Blue? Mhm. Danke. Als ich hab mhm gesagt. Achso. Vielleicht. Ähm. Ach, das ist mein Lieblingspart. Ja, weißt du doch hier... Also, die wir aufgenommen haben, ist das voll mein Lieblingspart. Schon. Wenn ich daran springe, komm ich dann direkt da hinauf? Oh man, wo kommst du dann... Nein, ich glaub, du kommst einfach in den Strudel. Ja, eben. Ja, also... Ja, ich hoff's. Jetzt fällt sie voll... Ach, du Heiliger. In die Tiefe. Ja. 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 Passt bloß auf. Ja. Ja. Sorry. Boah, jetzt hab ich mich gerade erschreckt. Wieso das denn? Wieso das denn? Ich komm nicht auf! Europa, stopp! Weisst du? Nein. War so gut. Boah, jetzt... Meine Güte, was ist halt schon wieder los? Äh, jetzt... Was zum... Du... Und der Kubus... Ihr seid verfusioniert und ihr packt euch beide. Wann. Okay, jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder. Hab ich gedacht, am besten gehe ich vom Schalter runter. Was?! Ach, du... Ja, ich hab gedacht, du fällst jetzt dort, dort unten ist gar nichts. Oh mein... Gott, ey. Ja gut, ich hab jetzt den Kubus, aber woher musst du denn nochmal? Äh, nochmal auf das Trampolin. Also, äh, Sprungkatapult. Hey, jetzt! Hinter dir! Ah, da oben! Okay. Ja, genau! Yes! Sandy! Woo! Jetzt will ich ihn nicht mehr loslassen. Okay. Was, du weißt nicht mehr, wie man etwas lohnt. Ach, egal. So, jetzt spring ich hier in die Tiefen! Jetzt könnte ich das Portal versetzen und dich da hin... Blumen, nur zur Klarheit. Ich fragte Orange gerade, ob er dir vertraut. Ich vertraue dir. Du bist mein Lieblingstestsubjekt. Er steht schon wieder nach hinten rum. Ja, eben. Das war beim... Das war beim... Part nach diesem Part, wo lustig... Du... Also, ich check schon mal gar nichts. Du gehst drauf... Hey, was macht der Kubus da hinten? Ja, ist schon klar. Also... Ja, weil... Nein, ich glaub da... Falsch auch. Ähm... Ja. Aber... Das... Damals sah noch viel besser aus als jetzt. Viel niedlicher. Oh man... Vielleicht sollte ich extra runterspringen. Weil sonst ist dieses Projekt jetzt dann gleich vorbei. Warte, wie viele Testkammern haben wir eigentlich schon drei, oder? Ähm... Was? Nein, das war jetzt die fünfte. Die fünfte? Von neun, ja. Ja. Das stimmt, Blue. Das ist mir an Orange noch gar nicht noch gefallen. Okay, weil ich würde nämlich gern... Ich hab nämlich ein bisschen die Zeit versehen, Leute. Orange, möchtest du etwas sagen? Was möchte der Orange denn sagen, hä? Ich spring jetzt. Das... Weißt du noch, welche Kamera das war's, Handy? Weißt du's noch? Das... Das käme im nächsten Part. Ja. Ciao, Leute. Ich sage... Ja, tschüss.